Herzlich Willkommen bei Skylar of Nights. Der Erhan und ich springen jetzt aus dem Flugzeug. Ich habe es ja schon mal gemacht, aber der Erhan... Ich noch nicht. Ja, aufgeregt, natürlich, klar. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich fühle mich vielleicht noch mal aufgeregter. Spätestens dann werden wir wieder an der Tür sitzen. Spätestens, denke ich auch. Ich wünsche viel Spaß. Wir haben das Lufthuhr. Bis zum nächsten Mal. 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 Dankeschön. Wahnsinn, Wahnsinn. Sehr geil, sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.